Hallo Kids! Heute begrüße ich euch zum Kindergottesdienst mal an einer ganz ganz anderen Stelle. Und zwar sind wir hier in einer Zimmermannswerkstatt. Zimmermannswerkstatt? Was will die Guterin denn da, werdet ihr fragen. In der Bibel steht, dass Jesus Zimmermann gelernt hat. Und als er jung war, musste er bei seinem Vater alles von der Pike auf lernen. Und wir wollen heute mal gucken, wie das in so einer Zimmermannswerkstatt zugeht. Wir begrüßen gleich den Uwe, der hat uns das erlaubt, dem gehört die Werkstatt. Und was vielleicht heute anders ist als zu Zeiten von Jesus. Kommt einfach mal mit. Ich setze meine Maske auf. So und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den Uwe treffen. Uwe? Wo ist der Uwe? So. Hier wird nämlich schon einiges gebaut. Und da vorne ist auch schon der Uwe. Der kann uns vielleicht einfach mal sagen, was da gemacht wird. Hallo Uwe, schön, dass wir bei dir drehen dürfen. Sag uns doch mal, was wird denn da zum Beispiel gemacht? Ja, der Vitali, der baut ja einen Tisch und eine Bank. Im Moment verleimt er gerade das Rückenteil von der Bank. Hier sieht man die Sitzfläche und die Konstruktion der Rückenlehne. Und im Moment baut er gerade die Rückenlehne zusammen. Das wird als eine handgearbeitete Holzbank, ja? Genau, das ist eine Holzbank. Die wird für draußen verwendet. Ist wasserfest aus einem sehr harten Holz und wird hier komplett fertig zusammengebaut, um dann draußen aufgestellt zu werden. Okay, dann lass uns mal ein kleines Stück weiter gehen, Uwe. Das ist hier deine Werkstatt und du arbeitest alles mit Holz. Ist das richtig? Ganz genau, ja. Also wir arbeiten hier richtig noch mit Holz. Wir bauen Schränke, Tische, Stühle. Hier seht ihr zum Beispiel unseren Praktikanten. Der macht gerade ein Schneidebrett. Das schleift er und will das dann mit nach Hause nehmen. Ist das eigentlich eine schwere Arbeit? Das schleifen jetzt. Das geht tatsächlich. Okay, Uwe, wir haben gesagt, Jesus war ja auch Zimmermann. Und jetzt zeig uns doch mal, du hast uns versprochen, das mal ein bisschen zu erklären, was war damals anders, als es heute war. Da gehen wir mal mit dir, glaube ich, in ein anderes Zimmer. Also wir haben hier einen Bankraum. Hier kann man ganz gut sehen. Ich habe hier ein paar Sachen hingestellt. Wir haben hier zum Beispiel eine Scheibe von einem Baum. Das ist eine Scheibe von einer Eiche. Da ist der Baum einmal quer durchgeschnitten. Hier sieht man ein Stück von einem Brett. Hier ist noch die Baumkante dran. Da kann man ganz gut erkennen, wo früher der Baum rund gewesen ist. Das ist hier zum Beispiel ein Stückchen Nussbaum. Und um zu erklären, was der Unterschied von damals und heute ist, habe ich diese Sachen hier hingelegt. Früher hatte man einen Baumstamm, dann wurde der Baum gefällt, dann wurde der Baum in Bretter aufgeschnitten. Das passiert heute auch noch. Aber heute macht man das alles mit Maschinen. Die Bäume kommen in ein großes Sägewerk, werden aufgeschnitten, klein geschnitten und wir kriegen dann die Bretter und auch die Bohlen bekommen wir hier in die Werkstatt geliefert. Früher bei Jesus war es ganz anders. Da sind die losgegangen, die Zimmerleute, die haben dann ein... Soll ich das mal nehmen? Nein. Ist okay, ich hält es schon. Dann sind die losgegangen mit Sägen in den Wald, haben Bäume geschnitten, haben die in Bretter geschnitten und zwar alles von Hand und dann haben sie die Bretter glatt gehobelt, um daraus wieder was zu bauen. Hast du denn mal so ein Hobel da, wie man sowas mit der Hand macht? Natürlich, klar. Also ich habe hier mal ein kleines Stückchen Brett hingemacht. Wenn man zum Beispiel jetzt so eine raue Brettkante hat und die glatt haben will, muss man natürlich das Brett einspannen und dann, ich habe mal geguckt, ob der Hobel auch scharf ist, und dann wird das glatt gehobelt. Und so musste Jesus auch jedes Brett glatt hobeln? So musste jedes Brett glatt gehobelt werden und zwar nicht nur die Kante, wie ich das jetzt hier mache, sondern auch die Fläche. Das heißt, das war unglaublich viel Arbeit. Wenn die sich einen Stuhl gebaut haben, dann haben die vielleicht zwei oder drei Wochen dafür gebraucht. Guck mal, und wir haben, das ist hier zum Beispiel den Hocker, den habe ich mal gebaut. Das ist aus einem Apfelbaum, der bei unseren Nachbarn im Garten wuchs. Und der hat mir dann die Bretter gegeben und wenn man sowas baut, dann braucht man da vielleicht drei, vier Stunden für. Und wie gesagt, zur Zeit Jesus hat man da vielleicht eine Woche für gebraucht, weil man musste erstmal den Baum fällen, man musste die Bretter schneiden. Das musste alles glatt gehobelt werden, die Verbindung herstellen. Das heißt also, Jesus hatte richtig körperlich schwere Arbeit, was er gelernt hat. Wahnsinnig schwere Arbeit. Und die Zimmerleute, die haben ja nicht nur Möbel gebaut, sondern die haben auch ganze Häuser gebaut, also Dachstühle. Die Häuser waren ja sehr häufig die ganzen Balken aus Holz und dann hat man vielleicht noch so einen Lehmputz verwendet, um das zu mauern. Aber das war sehr viel Arbeit. Ich habe vielleicht noch eine Frage. Heute bohrt man Löcher. Damals hatte man ja keinen Strom. Wie hat Jesus denn ein Loch in Holz reingekriegt? Ja, also zur Zeit Jesus hat man schon Maschinen gehabt, aber das waren natürlich alles Handmaschinen. Das heißt, die haben so eine Kurbel gehabt und haben mit einer Kurbel und einem Bohrer unten dran Löcher von Hand in die Bohlen reingebohrt oder in die Bretter reingebohrt. Und Nägel und Metall war auch sehr teuer. Das heißt, man hat dann eigentlich Holz genommen, also Holznägel. Man hat dann in einem Brett eine Nut reingemacht und hat ein anderes Brett reingesteckt und hat das mit einem Nagel dann verbunden. Uwe, das finde ich total spannend, was du uns alles erzählt hast. Und Kids, wenn ihr jetzt mal überlegt, dass Jesus alles das lernen musste, dann könnt ihr euch auch vorstellen, dass der richtig schwere Arbeit gemacht hat. Und das finde ich so toll. Der versteht genau, was Arbeit ist. Der weiß, wenn ihr was lernen müsst. Der weiß, wenn eure Eltern arbeiten müssen. Und der versteht, wenn ihr manchmal kaputt und müde seid. Und das finde ich so toll an der ganzen Sache. Wir wissen, dass Jesus, weil er hier auf der Erde gelebt hat und auch sowas lernen und arbeiten musste, uns genau versteht. Findet ihr das nicht auch klasse? Jesus versteht alle eure Probleme und er versteht auch, wenn ihr mal müde und kaputt seid und wenn ihr viel lernen müsst. Okay, wenn ihr Lust habt, dann macht ihr heute Nachmittag vielleicht mal mit euren Eltern irgendwas aus Holz oder schaut euch Sachen an, die aus Holz gemacht sind. Und denkt daran, dass Jesus das alles auch konnte und gemacht hat. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. 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 Tschüss.